Auf einmal ist es doch da, das HTC One E8. Ursprünglich hatte HTC ja mal gesagt, dass diese Kunststoffvariante des Flaggschiffs des M8 nicht nach Deutschland kommen soll. Jetzt ging es auf einmal ganz schnell, Pressemitteilung, Gerät schon da, ab sofort im Verkauf. Ich hole auch noch mal das M8 mit dazu. Das ist die Geschichte hier gewesen mit dieser Aluminiumhülle. Man kann sich das vielleicht auch so merken, M8 für Metall. Gut, E8 jetzt halt ganz einfach günstig Kunststoff. Ja, günstig ist glaube ich auch das Stichwort. Das kostet nämlich gerade mal 399 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Jetzt momentan gibt es noch keine Straßenpreise. Das M8 ist mittlerweile auf knapp 450 Euro ohne Vertrag gerutscht. Also sprechen wir jetzt über einen Unterschied von 50 Euro, wobei das E8 bestimmt jetzt relativ schnell auch Richtung 350 marschieren wird. Also irgendwas zwischen 50 und 100 Euro ohne Vertrag dürfte der Unterschied in etwa sein. Weitestgehend gleich, aber es gibt halt schon ein paar Unterschiede, die man unbedingt wissen müsste. Ich fange mal mit dem an, was gleich ist, was offensichtlich auch ist. Erstens von der Größe her. Nahezu identisch mit 71 x 147 mm. Lediglich in der Dicke. Man kann das glaube ich auch recht gut hier erkennen. Es ist ein bisschen mehr. Ich rechne mal jetzt immer vom stärksten Punkt hier, vom dicksten Punkt aus. Da war es beim M8 9,6 mm. Und hier beim E8 sind es jetzt 10,4 mm. Das macht jetzt aber nicht wirklich viel aus. Ebenso wenig wie das Gewicht. Also die offiziellen 145 Gramm kann ich nicht bestätigen. Ich messe 149 Gramm beim M8 sind es 160. Also aber ob das jetzt 11 Gramm weniger sind oder 15, das macht jetzt nicht wirklich so viel aus. Haptisch in der Hand, muss ich sagen. Und ansonsten, wie gesagt, weitgehend auch von der Ausstattung her. Man sieht das ja auch schon vom Display her. Auf den Millimeter genau identisch. Diagonale 4,95 Zoll oder 126 mm knapp. Auch von der Auflösung her 1080 x 1920 Pixel. Das heißt, ich habe wieder diese super hohe Pixeldichte. 445 ppi, 307 Pixel pro Quadratmillimeter. Und das ist jetzt kein Versprecher. Manche können es immer einfach noch nicht glauben. Das heißt, es ist wirklich super dicht die Pixel gepackt. Dementsprechend selbst kleine enge Schriften hier absolut scharf zu erkennen. Also Top Liga, muss man einfach sagen. Auch von der Qualität. Man sieht das ja hier, obwohl es LCD ist, nicht AMOLED. Top Kontraste, extrem hohe Blickwinkelstabilität, wie man das auch schon vom M8 her kennt. Also das bleibt absolut dasselbe hochwertige Display. Da hat man definitiv nicht gespart. Auch die weitere Ausstattung, also LTE. Übrigens auch mit Unterstützung von 8 MHz. Da gab es ein paar Falschmeldungen jetzt zum Start, die behauptet haben, das E8 würde 800 MHz nicht unterstützen LTE. Das wäre dann auf dem Land hierzulande problematisch. Ist aber nicht so. Alle üblichen LTE-Frequenzen werden unterstützt. Auch Wireless LAN AC, Bluetooth 4.0, NFC und so weiter. Absolut identisch. Bis hin zur Oberfläche auch hierhin. Dieses Sense 6. Und da ist für mich ja immer das wichtigste Feature dieser Doppelklick hier auf den Bildschirm. Dass man da nicht immer nach diesem Ding da oben, gerade so bei der Einhandbedingung, finde ich das immer fies. Wenn man da oben versucht, irgendwie dran zu kommen. Und hier ist es halt so einfach Doppelklick. Dann kann man den Bildschirm entsperren. Ich liebe dieses Feature. Ja, auch der Prozessor, ja, fast identisch. Es ist wieder der Snapdragon 801. Diesmal allerdings sind die vier Kerne mit 2,5 Gigahertz getaktet. Also derselbe Chip wie hierzulande im Samsung Galaxy S5. Und hier sind es 2,3 Gigahertz. Arbeitsspeicher auch wieder 2 Gigabyte. Von daher dürfte das sogar noch ein kleines bisschen schneller sein. Und wie beim M8 auch schon, kann man hier das ganze Ding nicht öffnen. Und das heißt, der Akku ist fest verbaut. 2.600 Milliamperestunden. Lief aber beim M8 hervorragend 14 Prozent über Durchschnitt. Kann sich also sehr gut sehen lassen. Lithium-Polymer. Und hier an der Seite habe ich halt auf der einen Seite den Slot für die Nano-SIM. Also diese ganz, ganz kleinen wie vom iPhone. Und auf der anderen Seite Micro SD. Auch gleich offiziell bis zu 128 Gigabyte. Intern sind 16 Gigabyte verbaut. Von denen sind dann nach Aktualisierung sämtlicher vorinstallierten Apps noch frei verfügbar. 9,4 Gigabyte. Das ist der Wert, glaube ich, mit dem man rechnen muss. 9,4 Gigabyte plus maximal 128 noch dazu. Alles bestens. Alles in Ordnung also. Aber kommen wir jetzt zu den Unterschieden. Zum einen marginal. Ich habe ja hier inzwischen Android 4.4.4 drauf. Hier wird das ausgeliefert mit Android 4.4.2. Aber der HTC ja versprochen hat, das neue Android Lollipop 5.0 zügig auch auf die Flaggschiffe zu bringen. Gehe ich mir davon aus, weil es nahezu identisch ist, dass auch das E8 bald mit Lollipop dann beglückt wird. Dann spielt das gar keine Rolle mehr. Und vor allen Dingen bei den Kameras hat sich halt was getan. Übrigens, Stereo-Front-Lautsprecher. Bevor ich das vergesse. Ich habe auch schon mal kurz angetestet mit diesem Boom-Sound. Scheint exakt identisch zu sein wie beim M8. Brauchen wir also keinen separaten Soundcheck in diesem Falle. Glaubt es mir einfach, es ist wirklich genau gleich. Auch genau gleich laut mit diesem typischen sehr basslastigen Sound. Kameras, wie gesagt. Die Frontkamera hat sich ein kleines bisschen was getan. Die ist jetzt etwas weitwinkeliger geworden. Und schießt jetzt Fotos mit 4,92 Megapixel statt 3,69. Muss aber dazu sagen, das ist aber bei HTC ja schon immer so, dass man da aufpassen muss. Diese Maximalangaben beziehen sich immer nur auf das Format 4 zu 3. Das gilt hier hinten auch für die Hauptkamera, die ja jetzt 13 Megapixel-Fotos schießt. 13,72 um genau zu sein. Aber wie gesagt, Format 4 zu 3. Und die Handy-Formate und auch Fernseher und alles ist ja heutzutage eigentlich auf 16 zu 9 ausgerichtet. Wenn man solche Fotos schießen möchte, also ohne jetzt schwarze Ränder links und rechts, da muss man dann auf 16 zu 9 wechseln. Und dann sind es nur noch 10 Megapixel. Sollte man vielleicht auch wissen, aber immer noch besser als die 4 Megapixel hier beim M8. Das waren ja diese Ultra-Pixel, wie HTC das getauft hat. Also besonders große Pixel, die besonders viel Licht einfangen. Auch wirklich sehr, sehr schöne Bilder liefern. Aber es bleiben 4 Megapixel. Das heißt, sobald ich da ein bisschen reinzoomen will, wird es da schon problematisch. Deswegen sind 10 respektive 13 Megapixel einfach besser. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Test folgt selbstverständlich noch, dass hier einfach bessere Fotos mitgeschossen werden. Videos weiterhin in Full HD, also nicht 4K oder irgendwie sowas. Das war ja auch hier schon der Fall. Und noch ein ganz kleiner Unterschied. Hier beim M8 hatten wir ja diesen Zweifarbblitz, der sich so ein bisschen immer anpasst der Umgebungslichttemperatur. Und hier haben wir jetzt nur eine ganz normale weiße LED. Ich glaube, damit dürften die meisten leben können. Ja, soweit als erster Eindruck jetzt des HTC One E8. Und wie gesagt, jetzt muss sich jeder selbst entscheiden, ob er es eher edel will und sagt, ach, Fotos ist mir nicht so wichtig. Oder ob er sagt, ich spare ein bisschen Geld, kann mit dieser Kunststofffront und Rückseite hier durchaus gut leben. Und habe außerdem noch den etwas schnelleren Prozessor und vor allen Dingen halt die vermutlich besseren Bilder bei ansonsten identischer Ausstattung. hat jetzt kurz vor Weihnachten sozusagen dann die Qual der Wahl. Damit hoffe ich, euch ein bisschen weitergeholfen zu haben. Jetzt nehme ich das nochmal ein bisschen raus, damit ihr nicht irritiert seid. Es geht ja hier um das neue, das HTC One E8. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte seid dann noch so freundlich, abschließend meinen Kanal zu abonnieren und auch weiter zu empfehlen. Dafür im Voraus schon herzlichen Dank. Vielen Dank.